Mein Name ist Heini Staub, ich bin Volontär Amarosa Classic Car. Ich bin der Fahrverbindungsmarkt und helfe hier auf dem Postplatz, die Fahrzeuge aufzukolonieren für die Überführung nach Langweiss. Wenn sie durch das Ziel zurückkommen, schauen wir, dass das reibungslos wieder ins Fahrerlager verschoben wird. Es macht einfach Spass. Es ist eine tolle Sache mit diesen alten Autos. Es sind langjährige Fahrer, die immer hochkommen. Es ist wie eine Familie, die jedes Jahr hierher kommt. Und man sieht auch, wenn es Wüstwetter ist, dass es ihnen gleich ist. Die wollen fahren, die haben Spass und geniessen das. dogskillätig für die Sukkamps. Weitere Deflug und Pfennsdchnята